Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sein Diner und Gesandt ist. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Heute, bei Hidnallahu ta'ala, werden wir über ein sehr, sehr gefährliches Thema reden. Denn das hat mit Kuffer zu tun. Dass jemand, der ein gewöhnlicher Sünder war, mit dem großen Kuffer stirbt und für ewig in Jahannam herangeht. Möge Allah, sallallahu alaihi wa sallam, uns alle davor bewahren. Möge Allah, sallallahu alaihi wa sallam, uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Und uns vor einer jeden Strafe bewahren, sei sie in der Dunia oder in der Erde. Allah, amin. Ich frage dich eine Frage. Was machst du, wenn du alleine bist? Wann war das letzte Mal, dass du alleine warst und nicht gesündigt hast? Und das Sündigen im Geheimen, im Privaten, ist eine Tür, die sehr gefährlich ist. Und so hört diese Überlieferung und hört genau zu. Von Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Der nicht wollte, dass wir in das Höllenfeuer gehen. Sondern der uns alles mitgeteilt hat, was uns vom Höllenfeuer bewahrt. Und uns dem Paradies näher bringt. Alihi salatu wa sallam. Wir beriefen uns bei Ibn Majah. Er sagte, laa'lamanna aqwaman min ummati. Ya'tuna yawmal qiyamati bihassanatin amthali jibali tihamata bida oder bida. Ich kenne Leute, jetzt berichtet er uns, über gewisse Leute. Sie werden am Tage der Aufäschung vor Allah azzawajal subhanahu alaihi wa sallam vorgeführt. Und sie haben Hassanat. Was sind Hassanat? Gute Taten. So gewaltig, er hat Berge beschrieben, bestimmte Berge, also gewaltig. Bayda, weiß, Hassanat, gute Taten. Und du bist vor Allah azzawajal und siehst diese gewaltigen Berge von Hassanat. Fayajaguhallahu haba'am manfu'raq. Was macht Allah mit den Hassanat? Er wird sie allesamt zunichte machen, löschen. Was denkt ihr, als die Sahaba das gehört haben? Haben sie Angst bekommen? Sie haben eine Furcht bekommen, bis Thauber, der auch diese Überlieferung getätigt hat. Er sagte, Schreibe sie uns Urgesandt anders. Wer sind diese Leute? So, dass wir wissen, um wen es sich handelt und wir nicht unaufmerksam sind diesbezüglich. Sie sind eure Brüder. Und sie haben eure Haut von euch. Und sie beten in der Nacht, wie ihr auch betet. Also, halten wir fest, sie haben nicht nur die fünf Pflichtgebete am Tag gemacht. Was haben sie noch gemacht? Ich bin noch, was hast du jetzt? Ne, was haben sie noch gemacht? Sie beten in der Nacht, wie ihr? In der Nacht gebetet. Qiyam ulei. Leicht oder schwer? Schwer. Brüder von eurer Haut, sie beten in der Nacht, wie ihr betet. Dann sagte er, Das ist ihr Verbrechen. Und das lässt Leute, die vorher Muslime waren, zu Kuffar werden. Möge Allah uns bewahren. Wenn sie alleine sind, dann überschreiten sie die Grenzen Allahs. Von wem ist hier die Rede? Ist hier die Rede von Heuchlern? Ist hier die Rede von Kuffar? Oder ist hier sogar die Rede von Muslimen? Alles wurde von den Gelehrten genannt. Das zeigt, wie gefährlich diese Überlieferung ist. Aber lasst uns erstmal, liebe Geschwister, ein paar Grundlagen lernen von der Aqida, damit wir wissen, wie wir mit solchen Beweistexten umgehen. Normalerweise, wenn du jetzt hörst, das sind unsere Brüder, sie beten in der Nacht und sie haben unsere Haut und so weiter und so fort. Aber wenn sie alleine sind, überschreiten sie die Grenzen. Wir alle sind Sünder, möge Allah uns vergeben. Und keiner von uns ist Masum, keiner von uns ist Filaftai. Jetzt nach diesem Hadith wären wir alle, wenn wir den Hadith euch steilig nehmen, wären wir alle Kuffar. Weil jemand, der im Geheimen, im Privaten etwas macht und er überschreitet die Grenzen Allah ist dabei, dann wäre er nach dieser Überlieferung ein Kafir, weil er Allah nicht genug befürchtet hat. Darüber wollen wir reden. Wir müssen erstmal ein paar Kawaid lernen, ein paar Regeln. Und das ist eine Sache, die wichtig ist, liebe Geschwister. Je mehr Regeln ihr lernt, beherzigt, in der Aqida, umso besser könnt ihr mit Beweistexten umgehen. Okay? Ich habe euch einmal ein Beispiel genannt, wie die Chawarij entstanden sind. Wer sind die Chawarij? Wer wollten sie töten und haben ihn als Kafir gesehen? Wen? Ali ibn Abi Tal. War Ali ibn Abi Tal ein Kafir? Nein. War er ein Übel? Nein. Hat Allah ihn geliebt? Ja. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihn geliebt? Ja. Und trotzdem haben ihn die Chawarij als Kafir bezeichnet. Ihr seht, sie sind in jeder Zeit an jedem Ort. Möge Allah ihnen zwei Gewirnzellen geben, eine damit sie nach Hause finden und die andere damit sie auch versuchen mal ein Buch zu lesen. Allah am Ende. Es ist sehr, sehr gefährlich, über Beweistexte zu lesen, wenn man nicht das nötige Wissen hat. Denn diese Leute haben einfach eine Eier genommen aus dem Koran. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, so wird er in das Höhenfeuer hereingehen, für ewig darin zu bleiben. Eine Sünde, subhanallah, macht eine Sünde gleich den Kuffer aus natürlich nicht. Aber so haben sie es verstanden. weil sie haben gesagt, niemand bleibt für ewig im Höhenfeuer außer Kuffer. Also wer sündigt und deswegen eine große Sünde bei ihnen bedeutet schon, dass man den Islam verlassen hat. Hat er Sinna gemacht, hat er Alkohol getrunken, hat er gelogen, hat er eine große Sünde, der ist raus aus dem Islam. So haben sie das für sich gelegt. Erstmal erste Regel. Androhung Wa'id gilt so lange, solange du nicht bereut hast. Womit droht Allah Azza wa Jal uns im Koran? Zum Beispiel. Womit droht Allah Azza wa Jal uns im Koran? Ja, aber für welchen Tag? Für welche Taten droht Allah Azza wa Jal uns mit dem Feuer? Dazu verlassen das Gebet. Okay. Fawailu lil Musallim allazina hum an salatihim sahul. Weh den Betenden, die in ihren Gebeten nachlässig sind. Fakhalafa min ba'dihim kholfun erdau salat wattabahu shahwat fassauf yalqawna baya. Und nach ihnen kamen Nachfahren, die das Gebet vernachlässigt haben und ihren Gelüsten gefolgt sind, so wird Al-Rai für sie Yawmul Qiyama die Strafe sein. Al-Rai wie Ibn Mas'ud radiallahu anh sagte, das ist ein tiefes Gewässer mit einem fauligen Geruch und wal'iyadu billah es besteht, wie andere Salaf-Gelehrten sagen, aus einem Blut Eintag Mish Möge Allah Azza wa Jalla uns alle davor bewahren. Und das ist in Jahannam. So. Einer hat nicht gebetet oder seine Gebete stark vernachlässigt. Was rettet ihn vor der Strafe? Was rettet ihn von seiner Seite? Was muss der Diener machen? Um Vergebung bitten. Wenn er um Vergebung bittet und seine Reue wahrhaftig ist, gilt er dann noch unter denen, denen diese Androhung angedroht wurde? Nein. Was sagt ihr? Nein. Ja oder nein? Nein. Warum? Weil er hat? Er hat Tauwa. Was sagt Allah über den Kafir? Zum Beispiel über den, der kein Muslim ist. Was sagt Allah bei Ihnen? Was eigentlich Strafe ist? Inna lezina kafir min ahli kitabi wal musriki na fi na li jahannam khalidina fi ha ulaikahum sharwul band. Weil ist diejenigen die Kufarse und die Musriki so werden sie für ewig im Hirn fressen. Einer war kafir jetzt nimmt er den Islam an. was ist mit seinem Zustand? Alles darf ein Mann sie heiraten ja oder nein? Darf ein Mann sie heiraten ja oder nein? Es ist verboten diese Frau zu heiraten warum? As zaniyatu la yanke uha illa zanin au die zaniyat nur von einem zani geheiratet oder von einem Götzen wa hurri madhali ka ala mu'minin und dieses verboten für die gläubigen was oder wann darf diese Frau tatsächlich ein mu'min heiraten bitteschön wenn sie tauber gemacht hat ist sie noch zaniyat jetzt ist sie was eine tailliba das ist unsere Religion jetzt ist sie eine gute sind und dann kann sie auch heiraten genauso mit dem Mann er darf auch nicht geheiratet werden wenn er sinna zuvor gemacht also was hat sich hier geändert sein zustand hat sich geändert egal ob einer alkohol getrunken hat ob einer sinner gemacht hat ob einer zinsen genommen hat ob einer glücksspiel betrieben hat die androhung im koran und und in der sunna gelten so lange bis er bis er bereut hat wenn er bereut hat gelten diese androhung nicht mehr selbst nicht für einen käfer der das übelste macht was man nur machen kann erste Regel klar einer ruft dich an und sagt dir wie ist dein Name er sagt ich habe eine Frage an dich ich habe gelesen du bist der beste in Hamburg und dann sagt er dir ich habe Alkohol getrunken werde ich jetzt in das Höllenfeuer hereinkommen was sagt Abdu Shakur wenn du bereust warum sagt Abdu Shakur wenn du bereust warum sagt er wenn du bereust weil die Reue dazu führt dass die Androhung der Alkohol trinkt gibt es Androhung der Prophet sagt in einer authentischen Überlieferung bei Tirmidhi und Abu Dawud Allah verflucht den Khamer und denjenigen der ihn trinkt sind noch neun weitere Gruppen gemacht worden aber normalerweise würde er was den Fluch Allah auf sich ziehen und er würde eine Strafe bekommen normalerweise aber dadurch weil Abdu Shakur das weiß und 20 Abhiederbücher studiert hat weiß er diese Androhung gelten nicht für den Fragesteller wenn er wenn er bekommt okay wie ist dein Name Hussein Hussein einer ruft dich an und sagt Sheikh Hussein dein Bart ist so lang du hast bestimmt viel wissen ich möchte gerne wissen Allah sagt im Koran über die Zinsen dass er sie nicht vergeben wird außer das was vorher gemacht wurde wird er mir überhaupt jemals noch verzeihen dafür dass ich Zinsen genommen habe was hat Hussein wenn du verweist wenn Allah den Schirk und den Kuffer verzeiht was verzeiht Allah also dann erst recht die großen sind weil sie sind unter dem Kuffer und unter dem Schirm erste Regel klar oder soll ich noch ein paar Schuhjuch erwähnen wir haben genug Schuhjuch in Tiktok und Papageiland ok zweite Regel Welche Sünden löschen alle Taten ausnahmslos groß und klein und wenn ihr wollt mittelgroß welche Sünden löschen alle Taten komplett Schuhjuch du wolltest was sagen der Kuffer oder um konkret zu sein der noch konkreter zu sein du hast recht aber du hast ein Wort vergessen na großer Schiff oder großer Kuffer weil es gibt auch den kleinen Kuffer jetzt zum Beispiel du hast gebetet um anzugeben um dich zu zeigen bist du ein großer Kaffer geworden oder ein Muschrik nein sondern das war eine große Sünde größer als jede andere große Sünde aber du bist dadurch kein Muschrik geworden ok verzeiht mir wir müssen ein bisschen Aqida lernen das sind die Themen wo die Leute in ihre gehen weil sie von kleinen Kindern ihre Religion nehmen wir haben gesagt der große Kuffer oder der große Schirk löschen alle Sünden Allah wenn du Schirk begehst diese Ansprache ist nicht an Mohammed obwohl sie äußerlich ist sondern kein Prophet macht Schirk sie ist eine Ansprache an seine Oma ja Mohammed wenn du Schirk begehst werden wahrlich alle deine Taten gelöscht werden wie viele Taten alle das heißt es gibt keine Taten die alles löschen außer den großen Kuffer außer den großen Schirk was war in der Überlieferung mit den Leuten denen Allah alle Taten vereitelt hat was haben sie gemacht was haben sie gemacht nein wir reden über den Hadith mit den Leuten die im privaten etwas bestimmtes machen im geheimen was gemacht die grenzen Allahs überschritten ist das großer Kuffer jetzt einer wer der im geheimen ist schaut sich verbotene Bilder ist das großer Kuffer nein bitte nicht filmen der mit dem langen arm der süße man der löschen löschen das ist kein großer Kuffer und auch kein großer Schiff das ist aber eine eine Sünde aber diese Leute haben im geheimen was gemacht die grenzen Allahs überschritten aber der Kuffit Sallallahu alaihi wasallam eure hamburger sind wir brauchen ein paar vitaminspritzen ich glaube die haben die haben eine lange sommerpause gehabt die haben schon lange keine salawat mehr gemacht ihr müsst mal nach berlin kommen dann werdet ihr anders rausgehen als ihr reingekommen seid wollt ihr diese Isha machen ok sie haben im privaten gesündigt aber Allah hat was alle ihre taten vereint wir haben doch gesagt der neue Schäf was vereintet die taten nur du bist nicht ganz bei uns entweder wirst du dich demnächst verloben oder du nimmst gerade alles auf sehr gut also haben wir schon mal ein problem mit diesem hadith oder dass alle daten gelöscht wurden von diesen leuten die privat versaute filme schauen die privat versaute bilder schauen die privat chatten die privat alkohol trinken die privat etwas machen was die grenzen allahs überschreibt aber die regel bleibt nur der große chef oder der große kuffe löschen alle jetzt seid ihr dran ich werde euch die aussagen der gelehrten nennen was über diesen hadith gesagt manche gelehrter haben gesagt der hadith ist schwach aber wenn man den hadith richtig prüft dann ist er authentisch ich will jetzt nicht auf einzelheiten eingehen später wenn ihr die hadith studiert dann könnt ihr auch danach ausschauen so erste Ansicht die sagen wir haben gar kein problem damit weil der hadith ist ohnehin nicht authentisch aber ist authentisch zweite aussage der gelehrten und jetzt möchte ich dass ihr das basiswissen anwendet zweite ansicht der gelehrten diese leute sind heuchler sie zeigen sich nach außen vor den gläubigen als leute die sich unterwerfen und als leute von assalah dass sie gute rechtschaffende menschen sind aber genau die die draußen die leute allah erinnern sind diejenigen die im privaten allah als erstes vergessen und das haben einige der gelehrten gesagt dass das monathe korn sind heuchler sie sind gar nicht richtig gläubig und weil sie heuchler sind was ist mit einem heuchler ein heuchler sein was ist mit seinen taten hat er taten könnte ein heuchler beten könnte ein heuchler fasten könnte ein heuchler sogar den jihad vollziehen das alles passiert in der Zeit von aber trotzdem waren sie heuchler was ist in dem hadith was dagegen spricht dass sie heuchler sind das machen auch heuchler Allah sagt über die heuchler wenn sie zum gebet aufstehen stehen sie nur sehr schwerfällig auf und sie gedenken Allah nur sehr wenig wann wenn die anderen leute bei ihnen sind ein heuchler könnte beten gar kein problem was spricht dagegen im hadith dass sie heuchler sind bitteschön hat sie als unsere brüder beschrieben okay das ist ein guter einwand aber es gibt noch etwas stärkeres er hat sie als unsere brüder bezeichnet sehr gut okay na Allah hat ihre taten zuerst angenommen sehr gut Allah der Mann ist gefährlich aus ihm macht ihr einen Cheikh wie ist sein Name Kurosh Möge Allah dich reichlich belohnen und ihr Wissen geben auf das du den Muslimen weiterleiten kannst Allah eine Person hat Hassanat was heißt das zwangsläufig wenn er Hassanat hat dass er ein Muslim ist wenn du ein Kafir Unrecht antust erlaubt oder verboten bei uns im Islam verboten ganz klar verboten okay außer bei Tafin ist der zieht den besten an Kafir und dann geht es los und Allah also sagt ich habe das Unrecht mir gegenüber verboten so übt einander kein Unrecht aus ihr Menschen untereinander egal ob er Muslim oder nicht Muslim ist jetzt die Sache hier sehr wichtig wenn du einem Kafir Unrecht antust wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen ja oder nein wenn du ein Muslim Unrecht antust was bekommst du von ihm was bekommt er von dir Yom Yom Al-Qiyama Hassanat bekommt auch ein Kafir Hassanat warum er ist ein Kafir deswegen kriegt er keine Hassanat ok klar aber Allah wird jedes Unrecht wieder gut machen außer Zweifel la zulma yom sagt Allah also an diesem Tag gibt es kein Unrecht aha ein Kafir hat niemals Hassanat also wenn diese Leute so viele Hassanat hatten wie Berge dann deutet das darauf hin dass sie dass sie Muslime sind also was ist mit der Aussage der Gelehrten dass das Heuchler sind Munafiqun stark oder schwach schwach manche sagten das sind alles Aussagen der Gelehrten und ich will euch auch gleichzeitig damit etwas beitragen nicht jede Aussage von einem Gelehrten ist auch richtig und konform Koran und so ihr seht das sehr selber manche sagten diese Leute waren Leute von Arliya die haben nur die Taten gemacht um gesehen zu werden was spricht dagegen was spricht dagegen dass diese Aussage ebenfalls falsch ist und nicht richtig ist richtig ok wenn eine person ria betreibt augendienerei betreibt ok dann hier in diesem falle was sagen wir ist seine tat nicht angenommen weil er hat sie nicht für Allah subhanahu ta'ala liebt und damit wird er dafür was nicht bekommen keine Hassad also sind das Leute von Ria über die wir reden auch nicht also Hadith Daif haben wir geklärt dann zweitens Heuchler sind sie nicht Leute von Arliya sind sie nicht aber es bleibt jetzt das Problem ihre Taten wurden alle gelöscht und löschen tut nur was der Schirr und der Rose kommt was ist die beste erklärung der gelehrten und jetzt kommen wir zu dem gefährlichsten und möge Allah uns unsere Ohren und unsere Herzen öffnen lassen Sieht Allah uns ja oder Amen Was ist wenn jemand sagt Allah sieht uns nicht ist der große Kuf Allah Allah sagt Allah weiß er nicht dass Allah sieht subhanahu wa ta'ala wer sagt Allah sieht mich nicht der ist ein was war das Vergehen jetzt dieser Leute diese Leute sind Leute sobald sie die Wohnungstür zuschließen und die Gardine zuziehen gehen sie an ihr Laptop an ihr Tablet an ihr Handy und machen Dinge die Allah nicht macht jetzt hat eine Person das gemacht hat er die Grenzen Allahs überschritten ja oder nein hat die Grenzen Allahs überschritten wird Allah ihn aufgrund dessen alle Taten vereiten ja oder nein warum sagt hier nein aber im Hadith heißt es doch das sind Leute die Grenzen Allahs überschritten und deswegen wird Allah an ihre Taten vereiten ganz kurz glaubst du jetzt ein Muslim sagt jetzt Allah sieht mich nicht ein Muslim sagt okay glaubst du jetzt ein Muslim guckt sich diese versauten Programme an und sagt also wenn er kein einkervet jeder weiß jeder dass die schmutzigen Filme verboten sind ja oder sowohl Männer als auch Frauen beide wissen das das heißt wie wird er einkervet jetzt kommen wir zu dieser erkläre und nochmals bitte leitet mir eure Ohren und eure Herzen stellt euch vor einer ist ein richtiger Mug Möge Allah uns zu wahren gläubigen machen was denkt ihr der Mug der zum ersten mal vor der Fitna steht ob er Alkohol trinkt wird ihm das leicht fallen oder schwer fallen was denkt ihr schwer ne ihr 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 jetzt so ein Glas Raki aber sein Shetan und sein Neff sagen du bist ein guter gläubiger probier mal ein Stück probier nur probier der Neff oder die Neff es gibt Leute heutzutage der streitet mit dir ob du der oder die oder das zu einem arabischen Wort sagst wallahi ich sage mir 1 1 2 und ihn ganz schnell einspielen wie kannst du der die das auf ein arabisches Wort ach hier fürchte Allah das heißt das Neff soll ich mich hängen oder was was das das ist Warum er das gemacht hat? So hat seine Seele ihn verführt, getäuscht, so dass er seinen Bruder getötet hat und so wurde er einer der Verlierer. Was hat ein Nefs gemacht? Was hat ein Nefs gemacht, die Seele? Getäuscht. Getäuscht. Jani verführt. Macht es das Nefs auch bei Sünden? Natürlich. Jetzt macht der Gläubige den. Sagt er Bismillah? Wenn er Alkohol trinkt? Nein. Kennt ihr einen Muslim, der raucht? Möge Allah die Raucher recht halten. Der seine Zigarette anzündet und sagt Bismillah? Kennt ihr einen? Was? Was? Allah muss sagen. Wenn man das aus Spott macht, ist man ein Kerfel geworden. Dass du zu einer Sünde sagst Bismillah und du weißt ganz genau, das ist verboten. Dann machst du dich lustig über die Religion. Möge Allah uns bewachen. Jetzt trinkt er den Alkohol und hat ein schlechtes Gewissen. Hat ein Nohmin das erste Mal, wenn er sündigt. Ein schlechtes Gewissen, ja oder nein? Und was wird er machen in der Regel, wenn er ein schlechtes Gewissen hat? Er wird Tauber machen. Jetzt macht er das das zweite Mal, das dritte Mal, das zehnte Mal. Wie sieht das aus mit seiner Tauber? Ist seine Tauber wie nach der ersten Sünde? Was denkt ihr? Nein. Also was passiert mit seiner Hemmschwelle, diese Sünde zu begehen? Was passiert? Sie wird immer? Geringer. Geringer. Wenn er es selbst zum hundertsten Mal gemacht hat, dann? Fischen. Keine Probleme. Aha. Warum soll das verboten sein? Das ist Masha Allah. Raus aus der Halif. Was heißt dieser Satz, warum soll das verboten sein? Ich akzeptiere das Gesetze nicht. Vora. Verstanden? Was lehrt uns dieser Halif? Nicht die Sünde selber, selber, selber. Passt auf. Ist das Gewaltigste an der Sache. Sondern? Wer hilft mir? Nicht die Sünde selber. Dass er den versauten Film geschaut hat. Das versaute Bild geschaut hat. Dass er den Joy geraucht hat. Dass er gecheckt hat. Nicht diese Sünde ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Sondern? Die Abhängigkeit. Sondern? Sondern? Dass man, ja, ja. Also die Einstellung zu Sünde. Die Einstellung zu der Sünde. Was kann er für eine Einstellung haben? Kann sie respektieren oder missachten? Missachten ist Sünde. Aber was ist die Einstellung? Bitteschön. Er denkt, das wäre erlaubt. Okay. Er macht das so lange, bis er das Gelüst über der Religion stellt. Aferau aayta man it taqada ilaha hu. Hawa. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum? Zum Gott genutzt hat. Allahumma sallam sallam. Er macht das so lange, bis er selber so handelt, als ob Allah ihn nicht sieht. Und als ob er die Sünde so leicht fällig macht, ohne Furcht vor Allah. Bis man denkt, er sieht das als erlaubt. Schaut mal, was Ibn Abbas radiallahu an sagte. An Ibn Abbas radiallahu an und das ist in Al-Hilya überliefert. An Ibn Abbas radiallahu an und sagte, O Sünder, sei niemals sicher vor den üblen schlechten Folgen deiner Sünde. Und das, was der Sünde folgt, das ist jetzt das Gefährliche. Das, was der Sünde folgt, ist größer als die Sünde selbst, wenn du es weißt. Ja, gut so. وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به Denn deinem mangeld scham deinem mangeld deinem mangeld scham dass du dich nicht mehr schämst gegenüber demjenigen der zu deiner rechten und demjenigen der zu deiner linken ist das sind die die Enge während du die Sünde begehst ist größer als die Sünde die du bedankst dass du dich nicht einmal vor den Malaika schämst die alles mitschreiben auf Befehl Allah وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِرِينَ dein Lachen während du nicht weißt was Allah mit dir tun wird ist größer als die Sünde und deine Freude über die Sünde dass du lächelst ja ne du guckst einen Film der versaut ist du rauchst ein Join du trinkst Alkohol im Geheimen und deine Brust geht auf und du lächelst bei einer Sünde normalerweise muss deine Brust aufgehen bei was bei einer guten oder schlechten bei einer guten Tag aber bei was geht deine Brust auf bei einer bei einer Sünde und deine Freude hört subhanallah die Überlieferung von Ibn Abbas deine Freude über die Sünde wenn du sie begehst ist größer als die Sünde und deine Traurigkeit darüber die Sünde nicht begehen zu können es hat nicht geklappt aus irgendeinem Grund ist größer als die Sünde selbst wenn du sie begehst und dann sagte er und deine Angst vor dem Wind wenn du die Gardine hinter deiner Tür zuziehst wenn diese Gardine sich bewegt fällt auf einmal dein Herz herunter weil du denkst jemand ist jemand ist gekommen jemand ist gekommen deine Angst vor dem Wind wenn er den Vorhang deiner Tür bewegt die Gardine deiner Tür bewegt während du eine Sünde begehst und dein Herz dabei nicht erzittert vor dem Anblick Allah auf dich ist größer als die Sünde selbst das ist gewaltiger als die Sünde selbst du bist im Zimmer und dann siehst du nur die Türmaske bewegt sich kriegst fast ein Herzinfarkt was bedeutet wen fürchten wir mehr die Menschen starb und du fürchtest die Menschen sagt Allah und Allah hat mehr an dich darauf gefürchtet zu werden subhanallah schau mal was Ibn al-Qayyim rahimullah sagte er sagte und wenn du in der Dunkelheit alleine bist und die Seele dich dazu drängt zu sündigen so schäme dich vor dem Blick Allahs und sage zu deiner Seele derjenige der die Dunkelheit erschaffen hat sieht dich derjenige der die Dunkelheit erschaffen hat er sieht dich einmal kam einer zu einem Scheich und sagte ja Scheich was ist das Urteil über die Selbstbefriedigung möge Allah uns und unsere Geschwister dann sagte der Scheich kein Problem wenn du das vor deinen Eltern vollziehst ihr wisst worauf der Scheich raus will dann sagte der Junge niemals könnte ich so etwas vor den Eltern machen er sagt subhanallah deine Eltern sind heiliger vor den Eltern wallahi niemand würde sich trauen so etwas zu machen aber schaut wie viele von uns Männer und Frauen ich rede nicht nur über Männer nein 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 ihr wisst gar nicht was ich für Fragen bekomme Männer und Frauen sie vollziehen die Sache Tag für Tag Nacht Nacht für Nacht ich habe sogar Leute gehabt die mich im Ramadan angerufen haben und mir gesagt haben bricht das mein Fasten nicht mal Ramadan hat sie vor dieser Sünde abgehalten der Chef sagte ihm wie kannst du diese Sünde vor deinen Eltern vorenthalten und du schämst dich vor ihnen und du schämst dich nicht vor dem Herrn deiner Eltern subhanallah und das ist unser Problem liebe Geschwister möge Allah uns und euch segnen ich will euch keine Angst machen aber wollen wir als Kuffarsch werden wie viele Geschwister von uns sind genau von diesem Typ sie beten und manche beten sogar in der Nacht aber was machen sie jeden Tag wenn sie alleine sind sie überschreiten sie grinsen an was und mittlerweile wenn du das seit 5 Jahren machst was haben wir gesagt was passiert mit der Eifersucht im Herzen sie verschwindet immer mehr immer mehr bis du das irgendwann als eine ganz normale Tag siehst nicht mehr als Sünde hier bist du ein Kerl geworden denn wer etwas was Haram ist zu Halal erklärt ist ein Kerl und wir sind alle von dieser Sorte möge Allah uns bewahren wenn wir hören was sagt jeder von uns wir alle suchen Zuflucht vor diesem Schaitan und wir beleidigen ihn und wir beschimpfen ihn und wir verfluchen ihn aber wenn wir alleine zu Hause sind jeder von uns gehorcht den Schaitan auf Schritt und Tritt auf Schritt und Tritt aber der eine sagt guck mal ich bin eigentlich wirklich allgemein ein gottesfürchtiger und ich möchte noch mal etwas hinzufügen damit mich keiner versteht falsch versteht bezüglich dem Hadith das gilt nicht für eine Person der etwas macht wo er die Grenzen Allahs überschreitet aber er hat trotzdem vor dem Herzen kann es passieren dass einer er macht die Sünde aber trotzdem hat er Angst vor den Folgen der Sünde kann sowas sein das geht nicht um diese Leute aber wir haben gesagt wenn er jeden Tag damit fortfährt was passiert mit dieser Angst vor Allah sie verschwinden bei manchen nach einem Jahr bei manchen nach fünf Jahren und bei manchen nach zehn Jahren Allah er ist derjenige der die Herzen wenden kann möge Allah unsere Herzen auf seine Religion befest was ist der Grund dass wir zu diesem Zeitpunkt sündigen der Grund ist nur ein einziger zu diesem Zeitpunkt haben wir die Gewaltigkeit Allahs vergessen denn wer die Gewaltigkeit Allahs im Sinn hat du wirst niemals sehen dass er sündigt Allah sagt über die Götzendiener aber was will ich euch damit sagen mit dieser Ayah sie haben die Götzendiener Allah nicht nach seinem Waren Wert bemessen sie kennen die Gewaltigkeit Allahs nicht wo doch Allah jetzt beschreibt uns seine Gewaltigkeit wo am Tage der Auferstehung die gesamte Erde in seiner rechten Hand tragen wird das ganze Universum und er die gesamten Himmel falten wird gepriesen sei Allah für das was die Götzendiener ihm zu schreiben Allah will damit sagen hätten sie die Gewaltigkeit Allahs gekannt hätten sie ihm keine anderen Götter beigeset wir sind Leute die Gewaltigkeit Allahs vor Augen verlieren aber es gibt doch Gelehrte was wenn sie sündigen sie sind doch die Wissensten über Allah haben sie auch zu diesem Zeitpunkt die Gewaltigkeit Allahs vergessen höre was Allah sagt und wahrlich sagt Allah die Reue ist doch nur für die jenigen die das Übel in Unwissenheit machen Jahala hier jemand der sündigt ist was schaut mal was die Salaf sagten ein jeder der Allah gegenüber eine Sünde macht ist was ein Jahil warum ist er ein Jahil zu dem Zeitpunkt auch wenn er ein Gelehrter warum ist er zum Zeitpunkt der Sünde ein Jahil wer sagt mir das aus welchem Grund weil hätte er die Gewaltigkeit Allah richtig gekannt hätte er nicht die Sünde begangen hatte Yusuf eine perfekte Chance die Sünde zu machen sie hat die Türen abgeschlossen Allah sagt nicht sie hat nicht eine Tür zu gemacht sondern sie hat mehrere Türen abgeschlossen er war ihr Sklave sie konnte ihm befehlen und er musste tun was sie ihm sagte und sie hat sich bereit gemacht hat sich parfümiert hat sich neben ihn gesetzt und sagte ich bin bereit für dich geht es leichter es geht nicht leichter was sagte er er sagte diese Sinna mit dieser Frau. Und wenn du nicht ihren Plan von mir abwendest, ja Allah, dann werde ich ihr zu geneigt sein. Ist Jusuf ein Mann? Ist ein Mann. Nicht nur ein Mann. Er ist Sohn von einem. Von einem. Von einem. Und dann kommt einer aus Hamburg, Wedding, Magdeburg, Frankfurt und sagt, ich komme der Fitnah. Nicht zu nahen. Jusuf hatte eine edle Abstammung. Was hast du für eine Abstammung? Und schau mal, wie er abgehauen ist von der Fitna, Jusuf und wie du hinrennst zur Fitna. Ich will ihr doch nur beibringen, wie sie die Hausaufgaben richtig machen. Sie kriegt schon hin. Kann schon Plus und Minus. Du brauchst ihr nicht zu helfen. Er will ihr nur helfen. Beim Moodoo will er ihr helfen. Beim Russen will er ihr helfen. Sie sollen alles zunahen lernen. Ja, ja, ja. Das heißt, jede Person, der zu dem Zeitpunkt sündigt, ist was? Ein? Ein Jahr. Auch wenn er einen eingelernt hat. Jehoah. Wallah, ich will euch nur sagen, wir haben alle schwachen Herzen. Und die Salaf waren die besten. Seid ihr mit mir eins? Schaut mal, was Ibn Omar sagte. Es wurde zu Ibn Omar gesagt. Die Menschen werden so lange im Guten sein, oh Ibn Omar, solange Allah dich den Leuten lässt. Das heißt, du wirst ihnen immer den richtigen Weg zeigen. So ist er zornig geworden und sagte, Das lässt dich überhaupt wissen, was ich tue, wenn ich alleine zu Hause bin. Wer sagt das? Omar Ibn Khattah. Abdullah Ibn Mas'ud, er hat einmal gesehen, dass sich die Leute vor seinem Haus scharen und auf ihn warten. Dann sagte er zu ihnen, Tritt nicht auf meinen Kopf, فَوَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابِ مَا تَبِعَنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ Bei Allah, wenn ihr wüsstet, was ich alleine zu Hause mache, keiner von euch würde hier draußen auf mich warten, um mit mir zusammen zu sein. Das sind Leute, ihr Ikhwan. Das sind Leute, die sind Salaf. Sie haben sich nicht täuschen lassen von ihrer Seele. Sie haben sich nicht täuschen lassen von Menschen, weil wir lassen uns täuschen. Gestern den versauten Film geguckt, vorgestern ein Joint geraucht, vorvorgestern mit Steffi geschettet, vorvorvorgestern, alle Lieder gehört, dann gehen wir raus zum Moscheher, ein Bruder sagt uns, MashaAllah, du hast so viel Nur, er sagt, ja, dann bist du, du weißt doch selber besser, wer du bist, als der Bruder. Wie kannst du dich von ihm täuschen lassen? Er weiß doch gar nicht, was du die letzte Woche gemacht hast und dann lässt du dich täuschen von ihm? Er sagt, guck mal, aber ich hab doch ein bisschen Nur. Das ist kein Nur. Nur kommt durch die guten Taten und nicht durch die schlechten Taten, wie Ibn Abbas der Lohan sagt. Und wir beenden, liebe Geschwister, sagen, dass der Unterschied von einem Mokmin zu einem, der etwas anderes ist als ein Gläubiger, der ist, wenn er alleine zu Hause ist. Was macht der Gläubige? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er in der Überlieferung bei Dukhari und Muslim uns erzählte, dass es sieben Leute geben wird am Tage der Auferstehung, die durch den Schatten des Thrones Allahs geschützt werden vor der Sonne, gab es eine Person, wer nennt mir, wer diese Person war, denn dieser passt jetzt zu unserem Thema. Eine Person, der der ist auch gottesfürchtig, aber wir brauchen jetzt gerade eine andere Gucke. Sehr gut. Nicht nur, wenn er Allahs gedenkt, wenn er Allahs alleine gedenkt. Vor anderen weinen viele. Sogar Krokodils drehen. Schaut mal, wie der Hadith ist. Eine Person, der alleine Allahs gedacht hat. Entweder hat er Dua gemacht oder er hat den Koran gelesen oder gehört. Er hat über die Gewaltigkeit Allahs nachgedacht, über seine Sünden nachgedacht, Reue gemacht. So beginnt er zu weinen. Diese Person, der im stillen Kämmerlein zum Weinen gebracht wurde, wird den Schutz vor der Sonne bekommen. Möge Allah uns zu ihm sehen lassen. Jetzt seht ihr, der Üble kann es kaum abwarten, alleine zu Hause zu sein. Warum? Damit er die Grenzen Allahs überschreiten. Der Gläubige, er nutzt diese Einsamkeit, um sich Allah zu nehmen. Und nimmt diesen letzten Hadith und ich liebe diesen Hadith. Wenn ihr wollt, möchtet ihr diesen Hadith noch hören? So sagt Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam und diese Überlieferung ist bei Bukhari und bei Imam Muslim. Er sagt Es wird zwei Augen geben, das Höllenfeuer wird sie nicht berühren. Auge, welches geweint hat aus Furcht vor Vor und ich überbringe jedem diese Frohgut an. Wenn er alleine zu Hause war und er hat geweint aus Furcht vor Allah. Herzlichen Glückwunsch diese deine weinenden Augen werden nicht von dem Höllenfeuer bekommen. Und das ist der letzte Satz an meine geliebten Geschwister und bei Allah ich liebe euch vor Allah möge Allah uns und euch verheilen. Eine Person ist alleine zu Hause und nutzt diese Gunst um sich Allah zu lernen. Und der andere wartet ab. Endlich bin ich alleine. Endlich sind sie raus. Endlich sind meine Eltern raus. Endlich sind meine Geschwister raus. Jetzt ist mein Tag. Und das ist der letzte Satz den ich jetzt meine. Ein Mann kam zu Hudayfa zu Hudayfa ibn Yama'l radiyallahu. Wir haben einen netten Bruder der hieß Hudayfa deswegen. Möge Allah ihn und seine Familie sehen. Er kam zu Hudayfa ibn Yama'l und er sagt ja Hudayfa ich fühle mich wie einer der Heuchler. Wer fühlt sich nur als Heuchler? Ein Gläubiger oder ein Käfer? Nur ein Gläubiger wie Al-Hassan Al-Basli sagte niemand fühlt sich sicher vor der Heuchelei außer ein Heuchler und niemand fürchtet die Heuchelei außer ein Muslim Gläubiger. Er sagte bin ich ein Heuchler. So sagte Hudayfa ibn Yaman zu ihm wenn du alleine bist betest du und bittest du wenn du alleine bist Allah darum dir deine Sünden zu vergeben der Mann sagt dir er sagt geh weg du bist keiner der Heuchler würde ein Heuchler alleine beten zu Hause weil er gedenkt Allah nur wann wenn die Leute sind wenn die Leute dann heißen würde ein Heuchler für seine Sünden alleine um Vergebung bitten wer macht das nur ein nur ein und Sondern Sondern und auf Nabi Mohammed und an ihm und ihm und Vielen Dank.